Hallo und dein herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu DTM Experience und heute auf dem Sonntag kriegt ihr wieder eure volle Packung Rennspiel-Atmosphäre und los geht es und ja, obwohl ich hier 28,6 Grad habe und das dritte oder vierte Rennen für mich ist, weil ja, die Gegner sind doch ziemlich gemein habe ich mich trotzdem entschlossen dieses Rennen durchzuziehen und ihr seht schon, ich ziehe hier ordentlich vorbei ja ok, meine Bremsen sind sehr weich eingestellt und die Gegner, ja, können ein bisschen später bremsen das bedeutet aber in langgezogenen Bremskurven, Bremskurve, uiuiui, habe ich doch einen gewissen Vorteil und hier fahre ich meinen Kollege rein, sorry, tut mir leid, hat jetzt nicht so eine große Auswirkung gehabt wie gewohnt spiele ich das hier mit dem Xbox-Controller und auf der mittelsten Schwierigkeitsgrad und ich sage mir, es reicht aus, um das Auto halbwegs zu kontrollieren, ihr könnt das alle mal ausprobieren dieses ganze Spiel normal ist free to play, uiui, hier habe ich jetzt aber echt versagt ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen und da werde ich auch angegriffen wieder von der Deutschen Post ja, gut, der BMW und Mercedes sind meine direkten Konkurrenten auch Audi habe ich hier als mein Feindbild uiuiui, ihr wisst ja, bei mir kommt nur Audi oder VW ins Haus uiui, jetzt habe ich mich aber ganz schön verbremst es sind sechs Runden, ich muss auf jeden Fall meine Konzentration halten vielleicht sollte ich auch ein wenig weniger reden, uiuiuiui, erstmal ein bisschen aufpassen und ja, gut und wie gesagt, es ist ziemlich warm und ihr habt ja eine Abstimmung gemacht, dass ich ja, andere Spiele zeigen soll zum Beispiel Schiff 2 und das werde ich auf jeden Fall immer zeigen und ihr seht schon, wie ich da rankomme, sehr langsam aber ich komme ran ja, es gibt gewisse Kurven da kann der Maximus aufschließen und ja man sollte hier ein bisschen defensiver fahren aber das ist jetzt mein dritter Versuch muss ich ehrlich gestehen beim anderen war ich kurz vorm Ziel und dann war ich voll ja, irgendwo gegen oder man wird vom Gegner angeschubst und das ist ja, fatal das Rennen vorbei ist ja nicht so wie bei Grid Autosport wo man dann trotzdem noch eventuell eine Chance hätte aber hier ist es wirklich vergebene Liebesmittel oh, da war ein super Leck ja, wahrscheinlich ist es zu warm hier bei mir aber oh, jejeje ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen dieses Leck zweite Runde ich bin auf Platz 4 mit der Position könnte ich mich ganz gut anfreunden das ist ein typisches Spiel für, ja, Lenkrad und nicht für einen Controller wenn ihr das auf Reels spielen wollt also alle alle Fahrhilfen aus die es so gibt Ideallinie habe ich ja sowieso nicht drin weil das stört das Bild und hier komme ich aus dem Windschatten und ziehe vorbei ich muss sagen es ist ein schönes rundes Autorennspiel gefällt mir sehr gut ich wollte jetzt immer mal Multiplayer spielen und guck mal wie ich jetzt rankomme und jetzt, jetzt, jetzt ah, schön die habe ich jetzt einwandfrei genommen diese Kurve einwandfrei ihr wisst wahrscheinlich wie die Kurve heißt weiß nicht Mercedes egal ihr wisst das wahrscheinlich schreibt mir so in die Kommentare und ich bin ein bisschen durcheinander weil es ist warm ich muss mich hier tierisch konzentrieren und mein Controller der hat echt zu leiden weil ich schwitze wie ein Schwein und jetzt bremsen 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 und da komme ich ran und oh da werde ich nochmal schön angekickt heieieieiei da merkt man dass die anderen bremsen von den ja gegnerischen Fahrern doch deutlich mehr ziehen wenn ich drauf drücke volle Pulle dann ist vorbei und da werde ich jetzt angegriffen oh und ich konnte mich wirklich dagegen wehren ob ich trotz alledem auf dem Platz 2 bleibe ihr wisst ja ganz genau wenn man oh wenn man halt irgendwie gejagt wird dann macht man noch sehr schnell mal Fehler aber die Kurve habe ich ein Mann freigenommen und da möchte er ausbrechen und wenn ich es schaffe werde ich versuchen hier noch eine ja Wiederholung rein zu machen irgendwie oben links dass ihr es nochmal aus der anderen Perspektive sehen könnt ich denke mal das könnte für euch sehr interessant sein und jetzt ist es die Gelegenheit wieder ranzukommen an meiner ich nenne es einfach mal Mercedes Kurve oh wenn es die ist wenn es nicht dann verzeiht mir einfach Nürburgring ist ja für mich die absolut schönste Strecke und ich hoffe es dass es auch in Grit Autosport reinkommen bezüglich andere Rennspiele habe ich ja gerade angesprochen Shift 2 muss ich mir auf jeden Fall noch installieren und dann werde ich ein paar Runden zeigen aber es kommt mir zu wenig Feedback ob ihr das sehen wollt für mich ist Shift 2 immer noch einer der besten Autorennspiele nicht in Bezug auf Simulationen so eine Mischung aus Simulationen und Arcade weil man halt so viele Möglichkeiten hat zum Beispiel sein Auto zu ja individualisieren umzustellen so wie man es mag und gerade auch das Tuning und die anderen Features da bin ich doch bei Autosport hier Grit Autosport doch sehr enttäuscht da ist nicht so viel da und das ist die Möglichkeit innen vorbeizuziehen ja die weicheren Bremsen haben auf jeden Fall ihre Vorteile nur wenn der direkte Gegner vorhin ist und auf die Eisen geht dann hat man meistens keine Chance ihr habt gesehen zwei ja Unfälle fast gebaut naja ich hatte am Ende das glückliche ja Händchen gehabt und ja zwei Runden noch und jetzt wird natürlich wieder die kritische Phase möchte jetzt eher so ein bisschen vorsichtig fahren weil wenn ich hier das Auto doch zu sehr belaste dann bin ich hier raus und irgendwann hat man dann keinen Bock das alles nochmal von vorne anzufangen aber ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen ja und da werde ich schon wieder angegriffen vor Mercedes jetzt lieber ein bisschen defensiv ich werde versuchen bei der komischen ja Eskurve da hinten wie auch immer die heißt ab in die Kommentare auf jeden Fall den Mercedes nochmal anzugreifen werde die gleiche Taktik von innen reinziehen ihn quasi den Weg absperren frühzeitig bremsen weil ja der Weg ja kürzer ist ne so oh der ist ein bisschen weit weg aber ich komme ran der Windschatten ist günstig und es sieht gut aus es sieht gut aus ich ziehe jetzt raus und komm 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 und das war wieder die gleiche Taktik sehr hart über die Körbs gefahren sehr hart aber es hat sich im Endeffekt gelohnt und ich habe es geschafft jetzt nur noch die letzte Runde überstehen drückt mir einfach die Daumen dass ich das schaffe weil ich bin sowas von aufgeregt das ist so höllisch warm und da bleibt irgendwann die Konzentration irgendwann auch auf der Strecke so jetzt frühzeitig bremsen und die Kurve so schnell wie möglich innehmen dass der gar nicht irgendwie in die Gelegenheit kommt mich anzugreifen schönes Ding hier mit den Gasspielen ach der Wagen klebt einfach richtig gut auf der Strecke ja ich würde ja gerne auch Projekt Cars zeigen aber irgendwie ja sagt er mir die Version die ich habe ich habe ja dieses Junior Paket das würde irgendwie nicht richtig funktionieren und es hätte ich mal wieder ein bisschen Projekt Cars gezeigt und The Crew wenn es wirklich dieses Jahr kommt wird auch einen großen Platz hier auf meinem Kanal einnehmen da wird es richtig viele Events und etc geben da kann man vielleicht Klagen gegen Klagen kämpfen und da kommt der Mercedes und will mir noch auf die letzten Kilometer den Sieg wegnehmen aber nicht mit Maximus nein 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 da müsst ihr euch ein bisschen früher anziehen und jetzt die letzte Kurve ich bin wirklich sehr zaghaft aber schön genommen wirklich schön genommen vielleicht kann man ja mit den einen oder anderen auch mal zusammen das zu spielen ja 22 Leute passen und ja damit hat der Maximus den Sieg geholt und ja es hat mir auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß gemacht jetzt dieses Rennen obwohl ich ja den dritten Anlauf gebraucht habe aber wie gesagt es hat mir riesengroßen Spaß gemacht jetzt hier durchzufahren und hoffentlich kriege ich das hin mit der Wiederholung und ja mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden und ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß und schreibt mir in den Kommentar was ich als nächstes zeigen soll ob ich eine andere Strecke von DTM oder auch wirklich andere Spiele zeige in der Steam Liste seht ihr was ich alles habe mit den Worten macht der Maxi Husten Fisch haut rein bis zum nächsten Video bye bye